So Ottmar, du gemeinsam mit Robert, ihr werdet jetzt den zweiplatzierten Walter Sageda hier für den Ethisch-Feihandern an den Turntables unsere Lesboschalen. Achtung, 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 da kommt der großartige Oberösterreicher, diesmal am Podium, Walter Sageda. Letztes Jahr vierter, heuer Walter Rappenviel, Oberösterreicher. Aber hallo, auch er bleibt unter 22 Stunden und hat damit seine persönliche Bestheit und vieles und vieles insoboten. Ein Mann aus Sachsen, auf eins, ein Oberösterreicher, auf Position zwei. Sensationelle Leistung des Walter Sageda, auch im vergangenen Jahr stark gewesen. Und er hat heuer gesagt, ja ich schau mal, ich geh's mal an, schauen wir was kommen wird. Und zwar hat er gestern ein bisschen tief gestapelt, hat er gesagt, hier oben auf der Bühne, oh, Walter Sageda. Ja, da kommen seine Betreuer.